personal krank jetzt ich muss arbeit viel spaß hallo leute willkommen zurück bei red eine neue folge von big ambition und ich habe gerade weiter gemacht mit dem aufnahmen die erste folge durch gemacht aber jetzt machen wir weiter ich muss denke dass um elf ich muss selber die kasse gehen weil da ist keine mitarbeiter mehr wo ich habe einfach drei personen aber gut ich muss noch jemand anstelle oder zwei für den moment ich habe nicht das glück mit dem neue geschäft da habe ich zwei teilzeitkräfte und keine vollzeitkräfte das sonst war auch fast nicht so gut in dem laden für den moment ist aber es kommt es kommt noch und dann erwarte ich meine lieferung von ikea die um zehn uhr ankommen ja jawohl ikea ist da ikea ist da produkt kauft das ist das nein ich muss ich muss meine stapler nehmen und stapler geht auch nichts sagt karen jawohl alles ist ah ich weiß was es ist die produkte kauf der stelle ok da habe ich noch ok kann mal wieder rein ok jetzt fahrzeugpark hat keine ja ok kein problem moment platzieren ok platzieren das so preiswert geschenke oder definiert könnte man einfach auch ok ich muss ich musste die kasse zum kasse ich habe etwas auch falsch gekauft ja die die haben gekauft und die gehen einfach und ich habe etwas falsch gekauft nein äh ähm red dog surprise ich verzeihe ja gut machen wir uns unter all zähnen produkt aber wo sind die anderen e Katzen weil ich kann einfach nur die das ist komisch oder das ist komisch Industrikelschrank oder ich muss bei die andere anrufen ok ok nein ablehnen ruf mal bei dem andere vielleicht dort sind die andere regale abgerundet regal sind dass die abgerundet abgerundet egal ja ok da bestelle ich zwei stück mit der moffnung dass es funktioniert ich weiß auch nicht und kommt mal zwei ok ich habe kann ob das alles so funktioniert weil das sind nur die preiswert geschenkt aber was ist mit die andere geschenke das könnte man einfach gerade nicht so sehen für den moment aber wo ist meine avatar kontaktpersonal dies man preiswert teuer geschenk teuer geschenk habe ich keine verkauft verkauft und was ist immer preiswert preiswert teuer geschenk die kommt samstag ja ok ok werden mal sehen werden aber nicht er ist an getroffen ok ok da muss ich einfach aufpassen bis wieviel muss ich arbeit zeitplan ja ich muss bis 6 uhr arbeit alle ja bis 6 uhr okay wir haben drei stunden 20 ok 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 und ich warte sechs dass ich kann einfach auch die neue mitarbeiter da könnte er auch wieder arbeit der neue mitarbeiter ja musik kommt kein moment kein problem ok und jetzt habe ich feierabend so ok jetzt gehen wir hier ok platzieren ok da will ich den coach rein stelle ok der coach kommen in dem eck preis werden geschenkt ja ok aber dann machen wir auch einfach ja verwalt so aha was für ein schreckliche kunde dienst ja ok gut ok so jetzt nehme ich die saka große wanduhr ok und der neue coach der coach ach betritt betritt so die sofa oder der nimmt so viel platz der sofa aber egal es passt auch in den laden ok großwanduhr platzieren ich kann das hier nicht platzieren oder wie ok 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 entsorgen ja wenn das klappt nicht ich muss das entsorgen so platzieren so platzieren ähm machen wir hier da haben wir Stereo jetzt gerade ok 3 Leute Sprecher das langt ok ok 3 Leute Sprecher das langt aber aber die preiswert geschenkt das ist einfach apathisch dass die dass die teuer ähm teuer geschenkt ich weiß nicht wo ich kann das verkaufen ok werden wir mal gucken vielleicht mit dem anderen auf stelle ok so jetzt muss man gucken bis wieviel Uhr äh bis wieviel Uhr ist unser Laden geöffnet äh Zeitplan ja bis um 10 ok das ist ok das ist ok aber ich brauche jemanden der arbeit einfach elf Stunden das ist viel elf Stunden ne 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 ich brauche von 11 bis 6 ja gut das wird nur 6 Stunden vielleicht noch ok ok das kriegt man noch hin ach gut ich kann einfach gehen weil sowieso jetzt äh geschlossen ok geöffnet um 7 Uhr ahja weil da hab ich auch ok warum ist das geschlossen warum ist das geschlossen der zweite geschäft der zweite geschäft ist geschlossen ahja äh das ist Red Dog Surprise ok aber warum der Model geschlossen Zeitplan ah bis 9 Uhr ah ok bis 9 Uhr sowieso das funktioniert alles bis 9 Uhr und da schafft er 14 Stunden 42 Stunden Niveau ok gut alles gut vielleicht haben wir einen guten Umsatz gemacht ah hier kommt die ganze Geschenke teure Geschenke ah ok ich wusste das auch nicht ok jetzt haben wir auch das gesehen das teure Geschenke kommt äh mir die andere egal ok aber nicht verkehr weil da hat man auch einfach Material so ich habe auch gespart normalerweise so ich denke mal dass ich habe gespart so erstmal essen ohje naja nach dem der Arbeit 4 Stunden 4 Stunden Fernseh bis 3 Uhr nein da machen wir nicht eine Stunde Fernseh eine Stunde Fernseh uuuh 11.000 uuh jetzt jetzt langsam jetzt langsam wird etwas einfach 7 Stunden ok zu essen zu essen wir nehmen wir noch essen ok und sonntag kommt noch eine Lieferung aber Antwahlkanzlei ok Taxi 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 jetzt fachst du mich wieder in meine Geschäfte jawohl hierher jawohl zum gebaut Beitritt gut sonntag ist geschlossen ah nein geöffnet ok ok jetzt ist die Frage ja weil wir haben was haben wir ach die Regale ja sowieso ich habe einfach nicht so viel Lager egal aber 11.000 das ist nicht schlecht für den Moment na gut das ist noch keine Million wir sind noch ein Stück weit weg von der Million und jetzt beschwert sich keiner für sagen oh das ist das ist schlecht bei dir und rumgestalter ja ich will auch etwas an die Wand machen ich will auch mal ich will auch mal ich will auch mal Etwas schön jetzt. Neue Wand, Trennung, Anwendung. Okay, Stapel Einkaufskorb, abgeründet, egal. Okay, aber ich muss noch... Toxflower, nein. Wollt man nicht zum Rest Toxflower. Wollt betreten, okay. Platzieren. Ja, ich habe mir zwei Stück genommen, aber... Ja, ist geöffnet, aber preiswert. Teure Geschenk, jawohl. Dich selber anwiesen, jetzt für 6 Stunden. Vielleicht machen wir Umsatz mit diesen teuren Geschenken. Hallo, ich wollte gerade sagen. So nicht, weglaufen und nicht bezahlen. Okay, bis 6 Uhr muss ich arbeiten. Aber das heißt, Montag muss ich wieder... Anrufe zu dieser Personalvermittlung, dass ich noch jemanden brauche. Das kann nicht sein. Sie haben nur zwei Arbeitskräfte. Ja, kauft, kauft mal einen. Kauft mal einen. Kauft mal einen. Kauft mal einen. Eiswert, jawohl. So, bis 6 Uhr. Ich muss einfach denken, dass bis 6 Uhr... Oh je. Ich arbeite sehr schnell. Ah! Ich habe eine vielleicht jemanden neue. Ok. Kundendienst 36. Vollzeit! Ah, das ist super! Jemand auf Vollzeit zu haben. Okay, aber jetzt das heißt, äh, mein Employee, Nathaniel, Red Talk Surprise, okay, Dienstplatz, Verwalt, äh, Nathaniel, okay, Nathaniel kann anfahren, ja, oh, das wäre zu viel, äh, 42 Stunden Euro, das heißt, ich muss noch jemanden schieben, 35 Stunden Euro, das wäre zu viel, wieder. Ah, ja, ja, ich muss einfach, ja, so wie dem anderen Geschäft bis 9 machen, weil sonst, da habe ich niemanden mehr. Ja, mach mal so, Mama wohnt 7 Uhr morgens auf bis 9 Uhr und jeden Tag, es ist okay, weil sonst, das passt nicht mehr. Okay, und ich bin raus, ja, die Nathaniel Arbeit, Nathaniel Arbeit, da kann ich mich noch kümmern, und den, äh, nachsten Regal, äh, platzieren, oh, das nimmt auch viel Platz, aber egal, Mama so, ich weiß nicht, ob das ein dritter Regal, äh, teurer Geschenk, jawohl, dann, okay, und was habe ich noch draus, ah, ja, die Einkaufskorbe, platzieren, machen wir drei Stück, jawohl, okay, jetzt, ich muss noch, ich muss noch schauen, äh, wie, das ist mit die Regale, äh, so, was ist mit Regale, und das, in Kapazität, oder, 30 pro Manü, okay, gebaut Limit, war, alles gut, aber jetzt muss ich noch gucken, äh, Papiertüt 13, äh, Lagerbestand 12.000, oh, das ist gut, aber was, äh, äh, mich irritiert nicht, aber, man könnte noch wieder bestellen, so, äh, Samstag, am Montag, was habe ich, äh, für Anlieferung, 8, 4, okay, 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 dann, ich werde sagen, ich bestelle nochmal, äh, wieder, weil, ich muss planen, ich muss planen, oh, da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand, hallo, da ist niemand, und, ich will auch nicht bankrutt gehen, hallo, so, äh, Geschäftsanrichtung, nein, äh, der Annie, jawohl, ich hätte gerne, äh, einen neuen Vertrag gestartet, äh, Red Talk Surprise, jawohl, akzeptiert, und dann gehen wir wieder in meinen Wiesmann, Red Talk Surprise, Lieferung, okay, Montag, nein, es wäre auch nicht Montag, das wäre einfach, äh, Dienstag, und dann, hohe ich einfach, teure Geschenk, aber, teure Geschenk, machen wir, fünf Karton, oder, machen wir, sieben Karton, acht Karton, dann, jetzt, machen wir, preiswert Geschenk, machen wir, drei Karton, oder, zieh mal, beim, elf, vier, und dann, machen wir, äh, preiswert Geschenk, nein, machen wir, äh, wieder diese Papiertüte, Papiertüte, ich will auch wieder Full haben, okay, 17.000, okay, gut, wir haben, ich glaube, das wäre einfach funktioniert, wir, wir müssen schauen, wie das, äh, sich Ablauf alles, ich glaube, ich muss das, äh, bewegen, oder, geht's, warum ist nichts los, warum ist nichts los, Sonntag, um diese Uhrzeit, wie keiner einkauft, das gibt's doch nicht, ah, doch, jetzt, jetzt kommt jemand, jetzt, jetzt kommen die Leute, aber kein Meckertan, okay, im Defekt, ich kann einfach, außer der Geschäft, der Geschäft wird laufen, gut, ich muss nur achten, weil, die, äh, Lieferung, äh, wie, äh, so die Lage und alles, okay, jetzt gehen wir, äh, wieder nach Hause, so, dann spiel mal ein bisschen, ja, zwei Stunden YouTube, zwei Stunden YouTube, okay, man hat gerade sieben Uhr, zwei, okay, ich hab kein Ungehör, ich kann noch Fernseh, Fern gucken, bis, drei Stunden, drei Stunden ist die Maximum, ja, okay, dann jetzt kann man noch, äh, zwei Stunden machen, mit Computer, ja, okay, dann, okay, 15.000 Gewinn, aber dazu kommt noch 20.000 Minus, wegen Bestellung, ja, okay, das muss einfach auch, irgendwie passt, okay, ja, jetzt muss man denken, ich hab zwei Geschäfte, und, zwei Geschäfte, und, da, da, sollte einfach auch, ähm, Umsatz kommen, weil sonst, so, okay, ich brauche nicht einfach, im Geschäft zu gehen, ich lass einfach alles so laufen, von zu Hause, wir schauen, was ist passiert, einfach, mit einem ganzen Tag, ohne zu gehen, etwas zu schauen, äh, mit dem Umsatz, zwei Stunden, neun, da will ich einfach vier Stunden, da bleib nicht zu Hause, heute ist der Tag, wo ich bleib zu Hause, der Chef kommt nicht, ihr könnt Party machen, so, okay, da kann man auch wieder zwei Stunden, okay, okay, uh, aber Gesamtgewinn, Minus 4.000, oh, ja, 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 das ist nicht gut, Minus 4.000, okay, aber gut, jetzt, jetzt, ich bestelle auch gar nicht mehr für den, äh, Order, äh, Location, dann muss man auch schauen, ich muss gucken, Avatar, ja, das sollte einfach langt, oder, das sollte einfach langt, Brutto Gewinn, 20.000, das ist okay, aber was ist mit dem Ordergeschäft, äh, nein, dem Ordergeschäft, das muss man auch gucken, was ist mit Avatar, uh, die preiswerte Blumen habe ich auch nicht mehr so viel, ist etwas, äh, Lieferung mäßig geplant, ah, Dienstag, ja, ja, Dienstag soll etwas kommen, okay, für 5.000, ich sehe gerade, dass, was ich bestelle, beim, äh, mit dem Blumengeschäft, das ist auch nicht so viel, und das kostet nicht so viel, weil bei dem Ordergeschäft, ja, äh, 17.000, puh, das ist schön heftig, aber, okay, dann lass mal schauen, ob man Umsatz machen, noch einmal, so, dass wir gehen im Plus, weil das ist jetzt auch nicht so gut, wenn man nicht im Plus geht, so, ich muss auch essen, sonst gehe ich ins Krankenhaus, äh, ah ja, essen, aber jetzt, Sie sehen auch, dass meine Zufriedenheit ist auch nicht mehr so gut, weil wir haben auch ein Minus Umsatz gemacht, äh, ja, der Chef ist auch nicht mehr begeistert jetzt, äh, wie, Minus 4.000, ah, 12.000, ah, das ist besser jetzt, aber Sie sehen jetzt, ich habe auch, äh, ich glaube, vielleicht die, äh, die, äh, die, äh, wie kann man sagen, ein gut, äh, Investition gestartet, aber jetzt muss man hier gucken, was ist einfach, äh, so, Avatar, ah, das langt, das langt, die nächste Lieferung kommt Freitag, ja, mit vier Lieferungen, ich glaube, das wird einfach funktioniert, ja, weil ich kann einfach auch nicht jeden, äh, jeden Tag bestellen, bestellen, das kostet alles Geld, ey, okay, und vielleicht irgendwann ist auch kein Platz mehr immer, äh, ja, muss man schlafen, sieben Stunden, jawohl, ja, wie gesagt, für den Moment, wir sollen schauen, dass wir machen Umsatz, und ich hoffe, ich kann einfach, äh, gut unterhalten, so, jetzt, wir machen nach dem Tag gemeinsam, und dann schließe ich auch diese Part, ich wollte noch, äh, eine dritte Folge aufnehmen, aber nein, das schaffe ich auch nicht mehr, ich muss noch, denk am Arbeit morgen, und dann, das heißt noch, früh schlafen, äh, okay, vier Stunden, jawohl, und noch essen, muss ich noch gucken, bis um 8, jawohl, schauen wir Fernsehen, essen ist alles gut, vier Stunden, jawohl, so, gewinnt 10.000, 15.000 mittlerweile, okay, okay, jetzt, jetzt das Geld, die Umsatz geht nach oben, ne, und jetzt sowieso, jetzt, äh, es wird auch ein paar Lieferung kommen, da hab ich schon genug Geld für die Lieferung zu zahlen, weil ich muss denk, äh, das für Red Tox, äh, Surprise, dass die Lieferung, äh, Freitag, ah, das ist erst morgen, wie viel Geld, 15.000 kommt weg, ho, 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 hu, dann einmal 15.000 am Freitag, und am Samstag 19.000, boah, da, da werde ich einfach, äh, nicht so gut überleben, und dann nächsten Montag, und, okay, muss mal schauen ob das wirklich funktioniert aber aber ich sowieso ich denke mal dass ich aber auch nichts mehr im lager ich schaue mir einfach das avatar 5000 noch 3000 teure geschenke okay gut gut sowieso jetzt muss ich auch schlafe gehen so vielleicht machen wir noch donnerstag gemeinsam und guck mal vielleicht drei tag anfang wo essen irgendwann muss ich auch wieder im supermarkt gehe ok leider gehen wir auch einfach nicht weg ich bleibe immer in meine wohnung immer in meine wohnung weil ich kann einfach leider ist das nicht so dass die haben einfach ohne kann man einfach die zeit spielen nein kann man nicht und ihre haben die immer noch nicht das gemacht die entwickler aber gut das ist vielleicht auch die spielbasis so so jetzt noch vier stunden ja wohl okay acht Uhr ja bis 12 Uhr okay Achtung jetzt Achtung jetzt keine Lieferung keine Lieferung aber trotzdem ich habe trotzdem umsatz gemacht 12.000 trotzdem minus die ganze marketing seite was ist das allein das ist die mobilien können wir kaufen okay geschäft geschlossen just jeans in den fried im besitz von cravings kapital wird geschlossen okay es gibt auch einfach information das wusste ich auch nicht was wollte ich schauen ecowiew ja wie viel umsatz haben wir privatunterkunft ja okay negativ sind sich aber auch keine kredit unternehmen okay aber jetzt kommt noch die bestellungen dazu diese freitage gut das sollte einfach auch funktioniert aber rettog surprise macht einfach nicht so groß umsatz vollständige transaktion ja okay okay kapitalanlage verfügt okay okay ja gut mal sehen einfach jetzt gehen wir noch schlafen und nochmal die bestellungen sind auch schon eingetroffen oder ich muss auch am anfang nicht mehr was bezahlen oder so ja am anfang für den moment das ist immer das gleich sie werden auch sehen dass sie mal immer das gleich ja da muss man einfach erstmal geld machen dass wir machen eine dritte geschäft ruf aber bis jetzt der dritte geschäft es wird dauert bis dass er kommt okay zusammenfassung lager mindest 100 1000 ok westbrock nur hat sich krank gemeldt oh jetzt hier man ist krank oh nein das aber nicht gut wir können nicht alle papier kisten rettog bitte stellen sie sicher ok 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 gut das heißt ich muss mein papier meine lieferung wieder anpassen ok ok erstmal essen nein wir gehen schlafen jetzt aber ein problem das gut das war doch nichts aber doch für die nach der lieferung haben wir problem wenn wir haben auch keine gab ok ich muss erst mal gucken samstag ja jetzt ist etwas action weil warum ist meine bestellung mit papier tut ok das heißt ich muss vielleicht meine ok ok sind die sind die blöde ich will einfach ein taxi ich will ein taxi ok ihre erfahrung und dann muss man auch einfach ok gewollt betritt doch das ist alles voll aber ich habe auch keinen platz mehr in ok vielleicht muss man noch eine ja ich kaufe noch eine ja ok ok ich kaufe mir noch eine palette zur nicht palette geschäft lagen anrichtung ja anrufe adress zuwahl red talk surprise lieferzeitwahl samstag 10 uhr ja es passt können die auch liefern lagerregal ja ok ein stück ok das sollte einfach funktioniert mindest 2000 ok lieferzeitwahl lieferzeitwahl warum sonntagwahl sonntagwahl können die nicht samstagwahl ok ok ja dann nehme ich noch eine ok bestellen 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 ich habe zwei sache bestellen ok aber wer ist krank krank hau barettox flower ohje warum ist sie krank warum ist sie krank ok ok wann wird diese person kommen normalerweise jetzt muss ich selber arbeiten äh westbrook moore westbrook moore ok westbrook moore ok das eis red talk flower und 6 und 6 bis 9 ok aber komischerweise samstag ist sie krank ah ja ja sie will party machen ok von 6 bis 9 ok dann muss man warten ich kann nicht jemand andere einsetzen was soll ich sagen ok 6 uhr abends 6 uhr abends das heißt 6 uhr abends habe ich noch zeit schnell restaurant nein wollen wir nicht das kund market hier öffnet um 11 uhr ah ok kannst du auf die bank schlafen nein 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 ich will nicht schlafen wenn das mal auf um 11 aber das heißt ich muss noch arbeiten ähm dadurch ich wollte einfach nochmal ein bisschen verabschieden aber gut wir warten noch bis die ganzen Tage komplett ist aber ich weiß auch nicht wie lange ist sie krank steht auch nicht wie lange ist sie krank oder krank da steht auch nicht vielleicht in der nachricht muss ich gucken ecowiew kontakt mark insider nein ok sowieso ich muss ich muss einkaufen und dann was ist das ein schnelles restaurant the green salad the green salad ok äh was haben wir tiefkühlkosten ah ich brauche einen einkauf tja so frische Lebensmittel kaufen wir an ok ok 10 Stück Bestimmungen aufgeben ok die haben keine Musik ja das ist komisch bei dem die haben keine Musik und bei mir die haben sich beschwert ja keine Musik gut jetzt Taxi jawohl nein ich muss ja 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 alles gut ich muss nur kurz nach hause meine ganz einkauf lagern ihre fahren ok 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 jetzt muss ich raus wieder oder nein was ich kann noch gucken ist bisschen ferner zwei stunden am 6 das heißt drei stunden ja weil ich muss noch arbeit der chef geht arbeit jetzt das ist auch ein wahnsinn oder aber gut ich brauche ein taxi jetzt weil ich ich muss vor der 6 im geschäft sein ah hier ok ok das passt 4 Uhr gut der braucht nicht zwei stunden für bis ich meine Geschäftsrufe habe ja 20 minuten 20 minuten braucht der ok jetzt muss man hier warten warte aber da ist nichts los warum ist nichts los warum ist nichts los samstag nochmal die leute kaufen ein ja ja äh äh dich selbst zu weisen jawohl und da muss ich einfach selber arbeit jawohl jetzt weil der chef ist da und da kommen die alle ja frechheit frechheit ne quatsch alles gut aber jetzt ich mal Umsatz hehehe 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 ok da ist jemand oder oder nein wir haben schon geschlossen ok ok das heißt jetzt fahre ich noch wieder nach hause ich hab feierarbeit nochmal drei stunden arbeit optimal oder das ist so eine lebe das wünsche ich mir auch drei stunden arbeit und dann bist du nur zu hause dann ok wir schauen vier stunden nochmal zwei stunden und dann gehe ich noch essen oder nein geh mal schlafen gehen wir schlafen und dann schließe ich auch diese part aber erst mal wir sehen auch die zusammenfassung georgern cox oje 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 und da hab ich auch niemand auch tu lieber gott ach du lieber gott redox verheir ist geöffnet aber jemand ist noch kommt das gibt es doch nicht ok das heißt ich mache nichts mehr jetzt das war eine lange part oder oder ich gehe noch einfach schaffe ok ok leute ich muss ich habe auch nicht ich muss essen ich muss essen gerade so stress jetzt gerade mit dem personal krank meldung das ist nicht schlecht gemacht aber ich kann einfach auch nicht ok taxi taxi mein geschäft ist geöffnet aber ist niemand da stress 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 buch ok 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 geh mal rein ok und big fm jetzt muss ich auch gucken wie ist das wie lange sind die leute krank da müssen die das noch entwickeln ok 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 ja da muss ich noch das auch ich muss noch die lieferung aufräumen aber trotzdem wir haben 16.000 dollar umsatz gemacht es ist nicht verkehr ok 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 jetzt darf ich raus darf ich nebendran das ist auch optimal ich habe zwei geschäft die gleich internet anordern jetzt ich brauche einfach die sakkar sakkar da ist auch ja ich brauche unbedingt die neue hier lagerregal platzieren ich muss auch gucken wie kann ich mal das platzieren ja die lager war sehr klein jetzt jetzt ja machen wir mal so ok abgerühmte regal jawohl da könnte man einfach auch ein bisschen stock leer machen so die lager leer machen ähh teure geschenke ok ich finde keine kasse wie du findest keine kasse doch da ist eine kasse hallo warum ich finde keine kasse fahrzeugpark ja ich finde keine kasse das gibt es doch nicht ich finde keine kasse aber da ist noch die frage ähh ist noch jemand krank oder wie ist das personal mein employer ah nur die georgia wachkrank ok aber gut ich habe sie ersetzt dann alles gut dann dürfen wir einfach aha ja das ist sehr eng in meinem geschäft jetzt mit dieser aber vielleicht mache ich auch meine regaläre zu meiner lager mittlerweile ist alles voll in meiner lager ja ok das wäre vielleicht eine lange folge vielleicht mal eine stunde direkt ob dass sie sehen auch einfach ein bisschen mehr von dem spiel und die entwicklung von meine von meine karriere ich finde keine kasse ok das ist auch die sache dass ich muss vielleicht das trennen ich kann einfach auch nicht zwei kassen machen das ist auch die frage die findet keine kasse aber ok ich finde keine kasse aber ja ich finde keine kasse ja ja aber die gehen aber das gibt es doch nicht oder das sollte man vielleicht an der türsteher anstellen ich finde keine kasse ja und die gehen hallo aber das ist auch etwas neu in dem spiel ich bin keine kasse ja ich gebe bezahl ich das nicht aber egal oder die machen das extra weil der chef ist da und ich sage ich bin keine kasse ja schaut ihr das an die kasse ist einfach neben dran das ist diebstahl das ist diebstahl ok ich gehe einfach ich muss auch gucken in der wahlere geschäft ist das auch das gleiche ich finde keine kasse nein da ist nichts los das ist nichts los das gibt es doch nicht hier ist nichts los oh aber preiswert Blumen oh da müssen die auffüllen aber ok ok gut jetzt gehen wir ich gehe nach hause ich gehe nach hause und sonst schließen wir vielleicht eh heute wird jetzt die Part oder ja ich hoffe mal dass es geht alles langsam wieder alles gut äh ihr erfahr jawohl betritt oh ich muss essen ja weil ich habe auch gearbeitet dem morgens das ist und dann schauen wir fernseher bis 10 dann schauen wir noch einmal fernseher bis 11 Uhr 47 jawohl eine Stunde ok jetzt kann man auch schlafen gehen oder ja immer schlafen und dann werden wir sehen 13.000 ok uh aber jetzt jetzt das war die Rechnung die war dick einfach habt ihr gesehen minus 18.000 bumm aber trotzdem es ist ok ich bleibe noch in meinem positiven Bereich das ist nicht so dass aber das ist für die ganze einkauf ja dreimal die wo die lieferung ja vielleicht passt das auch einfach ne aber ok ja gut kann man auch einfach das ganze tage vor spiel allein da war auch keine keine meldung mit kranken leute auch etwas neu ich muss sagen in dem spiel ich habe das nie gesehen bei der mordere youtuber dass du hast einfach auch wie gesagt kranken meldungen mit leute 4 stunden bis 7 uhr 41 jawohl oh jawohl ok jetzt kann man auch schlafen 7 stunden du hast eine neue nachricht erhalt oh je je gesamt gewinnt minus 8.000 aber oh je je trotzdem haben wir plus gemacht ok neue nachricht ok wir können nicht alle expeditiv ok chip gifte ok wir können nicht alle ok ok gut aber dadurch ich glaube wenn die können nicht liefern das heißt die nehmen das wieder mit aber ich zahl auch nicht die ganze preis oder das muss ich gucken war das ist noch die die sache redoxio price nein wo könnte ich einfach schauen economio ja negativ sind ok minus 21.000 ah ja minus 16.000 dollar aber ich muss gucken ob ich einfach so 16.000 dollar das sind Diensttage lieferung lieferung diensttage aber diensttage habe ich keine lieferung monday ah tschüss doch diensttage ah doch 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 naja sie sehen das habe ich jetzt auch gerade gesehen jetzt die haben einfach dadurch dass die aber nicht alles geliefert dann steigt die koste auch nicht nicht das ist sehr gut das ist sehr gut das ist clever gemacht ich habe auch gesagt ja wenn die liefern die ganze und dann ist alles voll dann haben wir auch ein problem ok ok ja gut machen wir auch wieder gemeinsam nach dem tag am ende ja mal eine stunde oder eine stunde mit bigger mission das ist auch etwas sehr 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 gut da spare ich mir auch die zeit für eine neue folge eine stunde können wir auch einfach mal so vier stunden ok 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 und jetzt gehen wir schlafen ich habe keine unge kann man auch so direkt schlafen stefan rüssel hat sich krank gemeldet oh nein da muss ich auch gucken oh 17.000 oh 260.000 ok oh jetzt jetzt stefan rüssel was schafft er auch teilzeit ok aber ab wie viel uhr das muss man auch an vermerkt zeitplan das ist stefan rüssel ach das ist die reinigung ok gut nicht so schlimm er werden nur einen tag ausfall das ist auch nicht so schlimm ich werde auch keine reinigung geben das wird keine reinigung geben aber egal frisch lebensmittel ok dann ich bewege mich auch nicht sie sind auch ich bleibe auch zu hause du korona ist vorbei ich mache um office ein sehr lukrativen office du schaust nur fernseh und da bist du ein bisschen vor deinem computer guckst du youtube youtube aber geh mal zurück an die fernseh jawohl und dann gehst du wieder zurück und vier stunden das wäre zu viel ich gucke noch fernseher bis 12 uhr nacht 10.000 ok 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 und immer schlafe sieben stunden ok aber dadurch ich werde sagt trotzdem mama eine stunde ich habe auch gesagt machen wir eine stunde dann machen wir auch eine stunde es ist nicht so wie ein stream aber sie haben eine große folge dieses mal gut ich habe auch gesehen weil der youtuber der hat auch eine folge mit eine stunde 30 aufgenommen das könnte man auch einfach mal irgendwann so achte ich will einfach fernseh gucken fernseh gucken noch einmal das objektiv wird für mich 350.400.000 für ein neues geschäft aufzumachen das ist auch mein objektiv ich denke mal dass mit 400.000 350.000 könnte mein neues geschäft aufmachen oder machen wir diese ah 12.000 lewis nelson hat sich krank gemeldet oje 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 jetzt fang das an mit die ganze krankmeldung wo und ich habe anger nein ich bin kaputt oder ich muss schlafen ok moment 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 erst mal guck wir können nicht ok ok ja weil das ist alles voll aber egal die haben dadurch ist auch nicht so schlimm die können einfach nicht das ganze liefern und dann ich werde auch nicht so viel 278.000 sehr gut sehr gut so mein wer ist krank lewis nelson was macht er teilzeit ok und wieviel fangt er an oje 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 und wieviel fangt er an das ist auch die sache nein schließe zeitplan ah der fangt um eins oder eins bis vier oder bis fünfe ok ok dann habe ich zeit 1 bis 5 das heißt ich muss vor der fünfe vor der ends im geschäft sein dann schlafen wir ja irgendwie das ist auch einfach sehr sehr nicht schlecht dass wir noch einfach gemacht dass du solch auch als chef in deinem unternehmen auch arbeitern ok aber gut ich habe gesagt vor 1 uhr das heißt man könnte theoretisch bis bis 11 49 jahre und raus ich gehe zum taxi 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 ich komme ein taxi nein das ist kein taxi jetzt ist die frage taxi taxi jawohl schnell erwischt schnell erwischt und dann muss man natürlich arbeit im reddocks lauer wo ich bin auch punktlich punktlich da wo ich betrete jawohl ok aber ich mache mich dran da fällt noch ein paar blumen die sind bald ausverkauf aber 278.000 das ist nicht schlecht meine bestellungen sind optimal oder ich habe eine gute gute organisation geführt mit meiner bestellung drei bestellungen oder vier war das sogar mal gewinnt ok ich muss sowieso bis 5 bis 5 und wir haben schon eine stunde du ich mit dem aufnahmen ok wir machen auch einfach das tage am ende und das ist sicher dass ich mal jetzt schluss der spiel macht spaß wie gesagt ein von der gut verkaufte spiel beim steam ok und jetzt kommt der andere kollege um 5 um 5 jawohl ich habe feierabend aber ich habe keine ah jetzt fühlt sich die regale wieder automatisch ok und immer in der andere laden aber hier wird nichts leer hier da wird nichts leer und da kommt auch niemand mehr was ist das hier sind die alle krank die leute in love kamaskai die musik ist auch nicht schlecht und wie gesagt die musik diese musik ist copyright free der hat sowieso durch diese patch war auch ein paar update aber jetzt jetzt sind die leute da die wollen dann fahr jetzt kaufen aber jetzt es gibt keinen mehr der der sage ich finde keinen kassen plötzlich aber ist sowieso die nehmen die teuer geschenke ja weil die wiese noch teuer geschenke man kann klauen man kann klauen ok ok wow ja gut die die das gestell die leute kaufen ein und ab dadurch brauche ich auch keine zweite kasse ich glaube in meinem großen geschäft brauchen wir vielleicht zwei kassen aber für den moment die kleinen geschäfte mit einer kasse es langt gut so viel habe ich auch gestellt ich habe noch einen coach gesetzt ok wir gehen nach hause ja unser fahrzeug bleibt hier taxi jawoll ich bin nach hause und dann wir schließen diese letzte tage gemeinsam und dann werde ich auch sagen es war es für meine aufdachsession heute zum tage ok du hast neue nachricht ok das geld wachs einfach das geld wachs leute das ist doch klasse oder wir können nicht chip gifte chip gifte papier bag ok wir können nicht nicht gifte ok aber alles gut dann dann die bestellung ist einfach so die preis von die bestellung hat sich reduziert dann alles gut ok ich habe auch nicht geschlafen aber egal essen brauchen wir nicht aber gut dann ich weiß dass wir die nächste folge was ich werde aufnehmen dass wir sind mit einem plus von 292.000 und ich muss schlafen und ja ich mache auch feierabend ich wünsche euch alles gut wir sehen uns noch und das war eine lange folge eine stunde sechs minuten aber das spiel ist einfach wirklich klasse ok wir sehen uns noch ciao machs gut im aber vi Bis zum nächsten Mal.